Wie groß muss die Verzweiflung von Menschen sein, die alles aufgeben, was ihnen lieb und wert ist? Die Heimat, die Familie, das vertraute Umfeld, der Freunde und sich stattdessen auf einen langen Weg machen, um sich unter Todesgefahr in die Hände von kriminellen und skrupellosen Schleusern zu begehen. Menschen, die in Booten, die völlig ungeeignet sind, versuchen über das Mittelmeer zu kommen und dabei immer wieder in Todesgefahr geraten. Menschen, die sterben, Menschen, die ertrinken vor unserer Haustür. CI ist eine Organisation, die den Menschen in Not hilft. Deshalb unterstütze ich CI und ich möchte Sie bitten, diese Organisation auch zu unterstützen. CI. 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 CI.